Hallo Bergbegeisterte der Dolomiten, ich bin unterwegs bei einer kurzen Bilderserie vom Willnessthal zum Würzjoch, weiter zum Falsrego Pass, über Cortina zum Chiaopass, Fedaya Pass, das Sellerjoch und das Krötnerjoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018